direkt wie immer rein in den faulen fisch und mal gucken ich gucke also gerne und leute wisst ihr schon ich mag keine haben wir hier zum glück nicht sondern hier können wir schön tauchen ist mir ehrlich gesagt echt lieber als ein eis level wo sind das für teile und die musik gefällt mir auch muss ich sagen wir schwimmen wir lieber mal ein bisschen langsamer ein damit ihr checkpoint ist immer gut habe ich ja mal gesagt zumindest ist ja nie verkehrt so wo müssen wir hin rauf oder runter ich guck mal kurz rauf leute hier gibt es nur noch ein paar von den gelben teilchen wo geht es hin links rechts links rechts wo die gehen zu hier ist wieder alles möglich die holen wir uns alle wenn sie schon so schön da stehen und sich nur minimal bewegen was gibt es hier oben okay hier gibt es einen kack scheiß dreck hier gibt es auch nichts toll wieder umsonst mein herzchen verloren egal da kann ich eigentlich auch drauf verzichten aber wir tun es nicht genau das wollte ich ob das funktioniert wie in dem vorigen bei den anderen monstrositäten komm schon so hier ist der ausgang ich habe so das gefühl dann will ich noch nicht obwohl ich ihn doch will ja wo 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 leute das war mal richtiges glück so ein herz sehr schön genau ein herz sehr schön aber zumindest vorher kurz vorher ein checkpoint bekommen ich schwimme mal durch und schau mal was es hier ist sonst noch gibt der macht dann kurz auf da schauen wir mal rein hier oben wo macht er auch kurz auf das heißt daraus hier so dann schauen wir auf der seite wieder hoch ob wir hier was übersehen haben wie es aussieht aber ja hier waren wir noch nichts wichtiges die auf die paar kackteile kann ich verzichten also weiter runter da waren wir gerade wow toll weil ich immer so durch jetzt muss so komm 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 wir waren nirgends etwas wichtiges außer die münze die münze würde ich mir gerne wiederholen die ist nicht allzu schwierig die münze die münze die münze die münze die röder seder der münze die münze die münze die münze diese die münze der röder gesetzte schmerzen kann man noch so gut rechnen kann man es dann aber ein Herz zumindest so den können wir eh wegboxen Schwimm doch wo soll ich hier hin so ich bleib mal kurz hier ich geh lieber direkt drauf da gibt es auch nichts mehr wo muss ich hin oh mein Gott Leute ich will hier ganz schnell raus aber ganz schnell wer bist du egal wer das ist einfach ein hübsches Fischchen hey das offenes hübsches Fischchen jo jo ganz sicher das ist absolut fair ok ich muss bei ihm bleiben aber nicht zu nahe wo ne leute so schau ich mal dass ich mir das kack jetzt behalte sie mir ran an ihn da unten ist sicher was so nicht aber so warum warum ist ja jetzt stehen geblieben der idiot so ich hoffe die lichter halten eine weile ich kann ja da die können wir alle warten so schwimmst du hin können wir sicher rein jawohl wieder eine münze ja und sie dann schauen dass wir schnell hier weg kommen schnell weg kommen nämlich schnell ihm nach nicht zu schnell aber schnell und rein da so meine eigenen leucht ding ding wo bin ich hier ich weiß leute es ist ein kinderspiel aber ich finde es trotzdem großartig wo kann ich hier noch mehr so lämpchen auch sagen so verpiste ich ich finde es trotzdem gruselig wo sowieso das jetzt wieder gehen muss ich sowieso rauf wie es aussieht ich ich ne die münze lasse ich so leute verpisst euch ich habe licht hier gruselhändchen wo so da kann ich ja gar nichts mehr machen jetzt muss ich den teilen folgen wo sind denn hier die übergänge so lebe noch so jemals in wieder mit auf die vier teilchen da kann ich verzichten die auch wo schwimmst du hin du fette sack hier ist sicher nirgends der ausgang leute wenn ich im kreis schwimmen wegen der video und die fische bisschen schneller dass wir ihn nicht verlieren schnell rein und rein und rein und rein jawohl da gibt es nichts oben ja geschafft perfekt schauen wir mal wie viel wir hier haben und 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 natürlich nicht dann mal weiter ich bin ausgebaut aber wir haben das auch noch geschafft haben wir natürlich zu wenig die 85 haben wir auch nicht müssen wir zum schluss wie gesagt noch machen dass wir da wirklich alles haben für heute war es das aber mit der aufnahme ich sag wieder mal danke fürs zuschauen wie gesagt lasst gerne ein abo da wenn ihr das noch nicht getan hat wenn sie euch gefallen hat gerne auch einen daumen nach oben alles in die kommentare rein was euch interessiert was ihr loswerden wollt und dann bis zum nächsten mal ciao